Hallo miteinander, wir sind das Kulturtour und freuen uns aufs Gipfeltreffen am 19. Januar im Neuen Theater in Dornach. Moderation wird unter anderem der Ernst Born und zusammen neu mit der Fabia Maiaroni. Darauf freuen wir uns sehr. Genau. Und es sind wieder interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hier, unter anderem Bettina Schelker aus Oberwil, Roland Schwoz aus Aesch, Jonas Davas von Dornach und Stefano Giorgia Hage aus Rienach. Was die alle machen, erfahrt ihr am Gipfeltreffen am 19. Januar. Darum unbedingt vorreservieren. Jawohl. Gipfeltreffen.bl at gmail.com Wir freuen uns drauf auf Ihre Mails. Ja super, bis dann. Tschüss. Ciao, tschüss. Dori 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 D